Abwechslung Genau das habe ich gesagt. Genau das habe ich gesagt. Sie sind bis in den 40er Jahren. Da hat es frei, die eine reise. Schon verdeckt. Das ist ein Fieber. Das ist die Wachtwand, oder? Ja, man muss auf die gelbe Masse machen. Das ist schon groß. Ja. Das kommt ja von mir. Diese billigen Plätze. Diese extra chatten. Die sind extra vorhin da in die Richtung gefahren, um dann da mitzufahren. Die sind extra vorhin da in die Richtung gefahren, um dann da mitzufahren. Die sind extra vorhin da in die Richtung gefahren, um dann da mitzufahren. Die sind extra vorhin da in die Richtung gefahren. Hast du das kleinere Segelschiff? Ja, also das ist irgendwie im Weg. Die sind extra vorhin da in die Richtung gefahren. Die sind extra vorhin da in die Richtung gefahren. Die sind extra vorhin da in die Richtung gefahren. Die sind extra vorhin da in die Richtung gefahren. Und darf die Mastin das gerne? Ja, ich bin hier auch. So hat's so. Oh Gott, würde es zu dort sitzen? Nee, das ist so. Also der Mastin ist ja auch da so. Da hast du ein Seil zu Ende. Vielleicht doch, um was zu essen zu kriegen. Aber wo soll diese Handwerker hinziehen? Ist das seltsam, bist du hier? Jetzt geht es für die Wette, die wir bis heute haben. Jetzt geht es für die Wette. 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 Die Wette. Jetzt geht es für 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 die Wette.